Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Die Sims Suchtis. Ja und ich habe heute etwas für euch mitgebracht, wo ihr bei mitmachen sollt. Also hier ist es der Wünsch, dass ihr daran teilnehmt. Und zwar habe ich mir gedacht, kurz vor Weihnachten gehen wir alle immer mal bummeln, um zu schauen, was wir für unsere Lieben besorgen können. Und habe gedacht, vielleicht erstellt ihr mal ein Schaufenster, wo vielleicht so einige Sachen drin sind, über die ihr euch freuen würdet oder die ihr eventuell verschenken würdet. Und ja, erstellt eben ein Schaufenster mit diesen Dingen drin, was ein bisschen weihnachtlich natürlich auch aussieht und wo so ein paar Sachen drin sind. Also für mich über Sachen, die ich mich immer freue, sind wirklich auch Wohnaccessoires, die mein Zuhause gemütlicher machen. Worüber ich mich auch immer freue, sind natürlich Pflanzen, Blümchen, Bücher, schöne Kerzen mag ich auch. Das sind so diese Sachen, die ich ja für mich ganz gerne habe. Hier steht natürlich ein großer Wunsch drin, den ich fürs nächste Jahr bei mir geplant habe, nämlich den einen Teil meiner Küche neu zu machen. Der steht hier drin. Ein gemütlicher neuer Sessel für draußen müsste der natürlich geeignet sein für auf meine Terrasse. Unsere sind nicht mehr so schön. Und da möchte ich gern etwas Neues, das wären so Sachen, die der Weihnachtsmann mir vorbeibringen könnte. Bin gespannt, über was ihr euch freuen würdet. Werde jedes Schaufenster, das hier erstellt wird, auch wirklich in einem Video vorstellen. Es sei denn, ihr schreibt exklusiv mit dabei, dass ihr das nicht wünscht. Ansonsten werde ich wirklich ein Video machen, egal wie lang, mit jedem eurer Schaufenster, das ihr erstellt. Das Ganze solltet ihr vielleicht fertig bekommen bis zum 1. oder 2. Dezember. Aber ich werde dann eben am ersten Wochenende, denke ich mal im Dezember, auf jeden Fall mal reingucken und das Video dazu dann machen. Bin gespannt, was reinkommt. Das Ganze verseht ihr bitte mit dem Hashtag GroßDSS. Das steht bei mir immer für Diesem Suchtis. Und dann Schaufenster, also DSS Schaufenster. Aber das Ganze steht natürlich auch wieder unten nochmal drin. Ja, würde mich freuen, dass wenn viele Sachen reinkommen, bin gespannt über Sachen, über die ihr euch freut. Meine Katzen brauchen einen neuen Kratzbaum, das steht deswegen übrigens da. Ja, und bin gespannt eben, auf was ihr euch freut. Das würde mich doch etwas interessieren. Und vielleicht könnt ihr so auf diese Art und Weise euren Liebsten oder euren Freunden mitteilen, über was ihr euch freuen würdet. Ja, das war's dann für dieses Mal. Lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und jetzt ein Abo da. Vielen Dank.